Check this out! 1-1, hier spricht die Küstenwaffe. Wie ist Ihre Position? Buddy, left your channel. Hallo? Können Sie bitte einmal den Notruf wiederholen? Ja, ich liege mitten auf dem Meer. Ich habe gerade ein kleines Problem. Ich kann Ihnen gerade leider keine Koordinaten durchgeben. Können Sie mir ganz kurz, sonst, wenn Sie mir sagen, wie ich das mache, das habe ich lange nicht mehr gemacht, das ist das kleine Problem. Ja, mir geht es sehr gut, nur das Schiff macht mir langsam Sorgen. Zwischendurch läuft Wasser über den Bug rein und ich mache das, ich versuche das so weit weg zu kriegen und ich habe Angst, dass ich an Land gespült werde und dann das Schiff ein wenig... Sie wissen ja, dass wenn man da an das eine Ufer kommt, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, dass es trotz dessen, dass das ein Ufer ist, tief. Ja, das ist verstanden. Ich werde jetzt die eigenen Kräfte alarmieren. Falls das ist, rufen Sie per Telefon an. Ja, das werde ich machen. Vielen Dank. Ach, wenn ich nochmal wüsste, wo meine Koordinaten wären. Ach, da stehen wir doch. Klasse. Ja, nicht wundern, das liegt daran, dass ich das Spiel zu selten so spiele, dass ich die Koordinaten finde. Finde, ich habe das Spiel wirklich zu selten gespielt. Alter. War ein Wellengang. Ich hoffe, die brauchen nicht mehr zu lange. Da war es kein Argument. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, das ist richtig. Na logo. Ja, das denke ich. Nein, ist auf. Ja. Ja. Ja, das ist verstanden. Ja. 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 So langsam wird das hier ein bisschen viel Wasser. Ja. 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 Ich. Ja. Ja. Ja.